hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge halo und wir haben schon ein paar kampf geräusche aber kein thema wir okay ja darauf war ich jetzt nicht ganz vorbereitet aber wir gehen einfach mal hier zu unseren friends und helfen denen indem wir da voll abgehen ich habe eine technik gefunden wie ich besser besser treffen alles für das ding nehmen wir danach mit wenn ich die tasten drücke das kann jetzt blöderweise auch sein dass ihr das jetzt hat weil ich ja mit dem mikrofon der muss weg der muss auf jeden weg der geht gar nicht alter wenn er mich noch mal trifft bin ich tot ein guter start so geht das noch gleich noch mal weg mit dem und drauf da hinten ist er sagt gelaufen ja da kommt auf jeden fall darauf scheiße das geschützt macht mir glaube ich mehr sorgen ja alter aber gut dann machen wir es halt so die kugeln fallen ja runter schießt auch irgend so ein komisches ding egal ob das ding muss auf jeden fall mal im arsch gehen ja gut ist am arsch weiter ja weg mit dir los verpiss dich ja man alter dahinten weiß er da später da hinten und wartet hier nur alles klar ich bin das ding ist ja umgeflogen das heißt ich kann es ja noch benutzen oder keine ahnung was für dinge ist es gab ein kleines problemchen ich habe meinen pc neu aufsetzen müssen weswegen wir jetzt andere waffen direkt am anfang hatten habt ihr vielleicht gemerkt vielleicht auch nicht dann egal auf jeden fall hatte ich andere waffen ich will die waffe aufheben das ist so ein scheiß ich habe diese waffe ich hasse sie über alles die so schlecht sniper aufheben ja mach mal wenn wir und weg mit dem so dass einer ja sie einfach nur die sie so ja unsere freunde sind leider alle gestorben glaube ich aber wir müssen an den hier näher ran weil wir den typen werden da hat er lag gehabt wo alter jung pass mal auf komm da ja genau richtig genau richtig ist einer noch alter der greift schon so jetzt aber noch eine drei sachen das ist schon ziemlich viel eigentlich gut den haben wir geholt so naja ich habe übrigens das v-sync ausgemacht das könnte man möglicherweise bemerken aber v-sync ist die der grund gewesen weswegen ja geil weswegen die aufnahme ab und zu mal gehangen haben könnte und deswegen habe ich es aber mal ausgeschaltet ja mann wir haben eine banshee ne einen ghost oben links steht ghost dann nennen wir es dann einfach ghost kein thema kommen wir trotzdem mit klar aber können wir damit leute umfahren man sieht weniger so aus sie gleiten aber herüber egal ich feiere ich feiere ein ghost trotzdem einfach weil das ding den typen nicht am arsch kriegt so kann ich den himmel zielen ja kann ich auch ich kann sogar richtig geil zielen so weg mit dir alter weg mit dir keiner will ich haben wir sind ja überall lol was geht da ab egal erstmal aussteigen so ich verbiss mich den einen blauen da müssen wir snipen so und jetzt steigen wir na steigen wir was du drauf hast ach da stand es gerade in den scorpion mann heißt er alles klar ist das ein gegner ne ja man ja man sowas sowas gefällt mir baller ey du da hinten ah fuck der kann mich sogar treffen wir können damit auch fahren gut das ist ja so eine übermaschine der eine lacht ja man ok nahkampf style genau oh 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 der da hey der da lebt gefährlich boah schön ne knall ihn ab ne warte mal warte mal warte mal äh so ok also wir kriegen wohl ich glaube ich keinen schaden irgendwie dass das irgendwas in der nähe explodiert äh da hinten ist einer war einer wir kriegen also keinen schaden auch wenn das ding richtig geil in der nähe explodiert das ist gut und wir haben scheinbar unendlich munition easy peasy dann lauf ich mit dem ding durch ist mir doch egal ah kundschaften auskundschaften aha ah das ist jetzt scheiße so und jetzt ist es nicht mehr scheiße oh zwei von den anderen Panzern ok tippen höher lol ja womöglich verzieht die scheiße so richtig krass oder ich müsste auf so einen berg gehen ja machen wir erstmal die tower da hinten weg hat der getroffen ne auch nicht ja ich glaube die scheiße das ding verzieht richtig krass was hier kommt nachschub kontakt kontakt mörder panzer der allianz leeren sich am tunneleingang stehen panzer der allianz zur verteidigung so wir rushen da jetzt auch mal durch ja man einer weg der macht mir sorgen oh scheiße geschütze ich habe mega der mensch gekriegt boah geschützt alter mega verpisst ich verpiss mich verpiss mich nein 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 scheiße scheiße ich würde sagen das ist nicht gut gelaufen das hatte ich mir ah das hatte ich mir ein wenig anders vorgestellt aber man kann ja nicht alles einplanen das wäre sonst viel zu easy ich treffe den nicht her das nervt mich los komm der hat einmal gesessen komm so gönne ich dem wir warten noch ein wenig und ballern den arm mal schön ab ah treff doch weg mit der scheiße der turm da oben ich glaube den habe ich nicht getroffen feindliche mörserpanzer bei meiner position gesichtet sieht nach einem langen tag aus am tunneleingang stehen panzer der allianz zur verteidigung da steht noch einer nein boah der hat glück gehabt der hat richtig glück gehabt piss dich junge so da oben ist ein mörserpanzer da haben wir ihm gezeigt gute arbeit boah getroffen getroffen boah voll wie aimbot hey so jetzt mal den da hinten noch ich weiß jetzt nicht ob wir den turm getroffen haben ne jetzt aber jetzt haben wir ihm der fliegt sogar noch weiter ich glaube ich glaube der panzer versteckt sich hilfesuchend hinter einem baum ja aber scheiße gelaufen ne denn wir wir machen einfach alles kalt ohne probleme ah die bei night nap easy easy so weil ich die einfach die weil ich die viecher einfach nicht mag einfach nur deswegen ist mir natürlich ganz ausweise in die tastatur ausgerutscht ah erst mal klingeln versteht sich ne höflichkeit geht vor geile mucke ja man richtig geile mucke ach ja für die äh so zur info ne hallo pam na umgefahren ok das war jetzt nicht ganz äh nett ne von dem so also zur info für die nächsten let's plays also halo ist ja für ist ja jetzt ein let's play das läuft ähm alter das verläuft ähm halbstündlich ähm halbstündlich verläuft halbstündlich ja deutsch und so egal ähm aber die nächsten werden viertelstündig sein weil ich finde viertelstündlich also viertelstündige folgen einfach viel chilliger falls ich mal kurz aufnehmen will und dann einfach nur kleine runde vielleicht machen will und dann ist es praktischer als dass ich eine halbe stunde aufnehmen will klar man könnte natürlich jetzt auch sagen ja nimmst dann trotzdem einmal eine halbe stunde aufs noch kein thema das spiel bockt ja sowieso aber manchmal habe ich mir ab ja auch bock so zehn minuten viertelstunde zu zocken und ja dann dann ist halt dann die halbe stunde vielleicht doch unpassend oder keine ahnung halt ne der war noch nicht tot also ich würde da jetzt nicht irgendwie voll im feuer stehen wenn da ein dicker panzer vom gegner steht fuck wenn da jetzt einen ablässt alter der hat mir richtig gegeben what the fuck lass mir ein paar übrig fixer da hinten hast du es verdient so der hier alter verfehlt nächste nähe da mit dem panzer so damit haben wir alle ausgelöscht wa ich sag nur ne too easy kein thema aber ich würde den panzer gern überall hin mitnehmen weil das für mich einfach dann noch einfacher wäre aber ich glaube ich darf nicht naja ganz ganz smooth hier entlang fahren wir haben übrigens noch einen kumpel der mitfährt also ich will ja nichts sagen ne aber bei dem motorgeräusch ne und bei diesem wumms könnte ich persönlich nicht schlafen und die wixer haben es extra so gemacht was hier der huppel ist damit ich mich tot fahre damit ich mich tot fahre so ein Arsch so ein Arsch okay so geht das so geht das so geht das Aua ja Pam Junge okay jetzt geht's halt hoch weiter so okay okay ja oh das alter der nee warte ja komm alter hast du Glück gehabt piu ah lebt er noch ne ah er ist hoch geflogen okay Ziel in Reichweite Schuss einleiten ich hatte den da er ist bis da hoch geflogen ich find das irgendwie lustig oh der fliegt runter der fliegt runter alter wie der runter geflogen ist aber es bockt richtig hart mit dem Panzer rumzuspielen es bockt richtig ah gut berg hochfahren ist nicht so geil aber ich what the hier drüben ich kann den glaube ich nicht am Arsch machen ja äh ja hammergeil wir stehen am abhang und können also nicht gescheit schießen okay jetzt müssen wir guter schuss den einen habe ich den einen habe ich nur fuck den anderen habe ich noch nicht geh weg so sehr gut sehr sehr gut der steht hier dran ah fuck das ist nervig wir sind ja am abhang ne und das heißt wir haben halt auch so einen Schusswinkel eben das hat Halo ziemlich gut gemacht finde ich dann kommst du nicht boll da alter du triffst null mit der Scheiße okay komm dann fahren wir aber mal da lang was gut so oh schön wunderschön alle weggemacht alle weggemacht richtig geil so ähm ich weiß jetzt nicht ob deiner drin ist aber ich glaub mal nicht sonst wird der rumfahren oder ja cool äh ja ne sicherheitshalber will ich ihn wegballern wir sehen dass das sehr gut klappt rechts die Muni sammeln wir gleich auf lol da ist einer gespawnt lol das wow eingang alter lebt noch der lebt noch da hinten schieß schieß schneller lad nach alter dieser drecksstein da dieser verkackte stein muss nicht der baum dran glauben ist mir doch egal wie fühlt man sich so tot das war jetzt nett ne aber ich kann die frage teils beantworten haut rein womöglich scheiße kommt hin ne da hinten ist der eine der ist irgendwie der ist schon wenig verletzt oder ich glaub ich hab den grad rauchen sehen also ein wenig räuchern lass mich rein so ein kumpel ne ne doch kein ich dachte neuer kumpel falsche hoffnungen machen kack spiel äh greift mich nicht mal an ist ja kein challenge den aber den greife ich jetzt gleich an was zum keine ahnung der wollte mich irgendwie nicht angreifen aua oh fuck turm in der da hinten turm in der da hinten alles klar war der getroffen ja der war getroffen wunderschön dann ballern wir den baum da hinten ab weil da ein typ steht wow wow was geht alter boah wir rutschen voll aufm eis der macht mir mehr angst irgendwie boah alter gut die machen wir alle irgendwie schaden boah ist das assi weißt du die treffen halt immer mich ne und direkt wein um ja mann so ein panzer kannst du nix ah ich hab die waffe jetzt extra abgeschossen krass die fliegt aber die ist so weit weg geflogen jetzt sehen wir schon gar nicht mehr vielleicht treffen wir die da hinten irgendwo noch ok hallo ich nenne sowas auch feuerwerk oder ich finde das sieht einfach jedes mal lustig aus wow da hinten ey pass läuft ich dachte die allianz hätte alle marines in dieser gegend eliminiert ach warte mal das sind freunde ach egal geranimo und damit stellt sich heraus dass diese idee nicht gut war habt ihr das gehört zum henker landungsschiff im anflug deckung soldaten der allianz hinter uns wir sitzen in der falle hau rein boah das ist assi und du kannst das ding halt nicht mal am arsch machen oder so suchen wir sie wuhuu das ist so mega assi dieses schiff ja greif mich halt noch mehr an und los kackteil ey das ist scheiße boah ich hätte da irgendwie schiss wenn so ein panzer volle rotze auf mich zielt ne ich hätte da irgendwie respekt vor weg mit dem ja ich hab nen sniper kumpel nice komm steckt alle ein ja man da vier passengers dabei sehr geil ah shit nicht getroffen das hat nur einen leicht verletzt hier kommen wir nicht weiter ja gut dann holz absteigen ok wir haben Tarnung aktive Tarnung das ist glaube ich wie unsichtbar das ist wie unsichtbarkeit ok header ok what ah egal holen wir mal nen sniper drauf komm die haben wir easy wunderbar wunderbar richtig schon die haben wir rasiert alter sieht aus als hätte sich die allianz auf diesen bergen verschanzt wir sind komplett umringt wir müssen auf diese hügelkette kommen marines stellung halten wir kümmern uns um die geschütze master chief wir müssen die hügelkette rauf bis unterhalb dieser geschütze verstanden position wird gehalten nice ich hab nen double headshot gemacht fast ich hab nen two hit gemacht auf jeden fall lol der hat gerade ausgehalten ok ah ich falle hier drüben los freunde gib mir feuerschutz Mist ok hier haben wir Waffen neue ah die alten die shoppen wir schon noch aus yep easy oh da hinten ist einer oh nein oh das gefällt mir jetzt schon gar nicht wow wow lad schneller nach lad schneller nach komm schon komm schon alter alter ich hab wieder verfehlt so weg ok ok das ist die banshee komm wir machen mal hier so skill ok hat nicht getroffen ok hat auch nicht getroffen hm 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 servern wir die scheiße halt ab ok war keine gute idee keine gute idee noch nicht genug boah ich will sie mit der ich will die banshee mit der granate treffen ja ich kann mit der bazooka visieren wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, da oben ah fick dich ok ich hab keine muni mehr na 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 ja gut dort funzt nicht äh gib mal deine Waffe her komm schon Alter, ich hasse diese... Warte, hier war doch ein Geschütz, oder? Ne, doch. Ne? Boah, ich bin so mega Brainer, FK. So. Alter. Alter, tut das weh. Bam, Junge! Ich würde es sehr gerne sagen, mega easy, ne? Aber es war es kein Stück. Was geht denn da ab? Ach, das Ding fällt noch runter. Tja, leg dich nicht mit Nico an. Der hat Skill. Ja, ich wusste das. Ja, ja. Das würde ich auch behaupten. An dieser Stelle. Damit ich dich nochmal umlegen kann. Eigentlich will ich das nicht, dass die nochmal aufstehen. War schon nervig genug, die jetzt so zu töten. Warte, 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 warte. Wir hatten noch einen Kumpel, der einen Sniper hat, ne? Okay. Also Leute, ne? So, so ist, meine... Der beste Sniper-Schütze... Ah, okay, jetzt ist er besser. Hey, das ist der... Der Narbengesicht-Tüppi. Boah, der muss sterben. Den mag ich nicht. Ja, ich hab's erwischt. Ah! Ah! Ja, Mann. Danke. Äh... Ist ihm schlecht geworden, er ist umgefallen. Das... Das war nicht ich. Nein. Das war nicht ich. Nein, nein. Hm. Hoppa. Ähm, im Level-Laden gibt's immer kleine Legs. Okay. Ah, die schlafen geht. Ja, das hab ich einmal verkackt, glaub ich. Ich hab, glaub ich, die alle geweckt gehabt. Aber wenn die halt schlafen, dann kann man sie einfach alle töten. Ohne, dass die einen bemerken. Weiß nicht jeder. Uhuhu. Da ist so einer. Gut, wir machen das so. Wir machen ein kleines Spielchen draus. Wir versuchen am meisten von denen zu töten. Ohne, dass wir alle wecken. Und... Dazu müssen wir... ...nicht von den Großen gesehen werden. Ich... Ich nehm mal die Sniper. Oh, da patrouilliert der schon. Jetzt hat mich einer angesteamt. ...gesteamt. Okay. Wir gehen jetzt mal hier drauf. Guck mal. Hallo, kleiner Lurch, du. Ja, easy. Alter, wir sind richtig gut gerade. Okay. Ich weiß nicht, wo der ist. Okay, da haben wir Ecke. Ja, ich muss mich ums Gebütt laufen, sonst sieht er mich vielleicht. Okay. Ah, da ist noch einer. Können die auch mal aus der Nähe angucken, ne? Die haben so komische Dinge auf dem Rücken. Ich weiß nicht, was das ist. Aber gut schlafen tun die damit nicht. Das wissen wir auf jeden Fall. Wir wissen, dass es die in zwei trendigen Farben gibt. Rot und Orange. Das ist wohl so ein Einheitsmotto. Ja, wir haben eh schon fast alle erwischt. Haben. Das spart halt richtig Muni. Und ich will die Sniper-Muni lieber nur für die Dicken ausgeben. Nicht für die Kleinen. Die Kleinen, die sind es nicht wert. So. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, ich habe ein, zwei von den Kleinen übrig gelassen. Den habe ich erwischt. Ja. Ich würde gerne wissen, wie viele von den Gegnern da sind. Okay, da ist einer. Und da ist ein zweiter. Gut, wenn ich Sniper, dann Sniper ich lieber den Roten zuerst ab. Weil der Blaue, der hat weniger Leben. Ja, gut. Kein Bock, jahrelang da zu hocken. Weg mit dem. Fuck. Ich musste erstmal die Ding wegschießen. Egal, komm. Ja. Normal, wa? Na gut, wir befreien dich von deinem Fallproblem. Alter, ist der weit geflogen. Gut, den Roten. Ich weiß halt nicht, ob der tot ist. Er ist tot. Ja, Mann, Alter. Im Grunde... Schon wieder so einer. Hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf damit. Sieht aber lustig aus, finde ich. Sieht doch irgendwie lustig aus. Na? Wer kommt mit? Ah, zwei Stück hier. Da ist noch einer! Alter. Da sind ja echt noch ein paar, die überlebt haben, wa? Sie haben wohl doch ziemlich viele geworden. Komm, ich erlöse dich von deinem Leid. Hm. Na gut, dann halt nicht. Aber... Ist gut gelaufen von der Muni her. Ich hab sechs, sieben Sniper-Schüsse nur gebraucht. Und halt eiskalt mal irgendwie 30 Gegner getötet. Äh... Weil ich halt einfach alle weggebämmst habe, wenn ich voll gut bin. Ja, Junge. Ah ja, äh... Junge ist das neue Junge. Das hab ich mit nem Kuppel rausgefunden. Keine Ahnung, wie viele andere Leute das auch schon rausgefunden haben, aber... Junge ist einfach geiler. Ist wie LOL. LOL ist langweilig geworden. Jetzt ist es LEL. Ja, ist einfach... Ist einfach so. Kann man nix machen. Es ist... Es ist einfach passiert. Es ist wie, äh... Hier ist das neue schlechte Lied von Chrome. Friss Scheiße! Aber ich will auch mal so gern so ein Schild haben. Weil da kommt er. Gönn dir. Ah! Da ist er doch noch. So, alle weg. Weiß aber grad nicht, was für Gegner kommen. Und ich befürchte... Ja. Wow. Wow! Alter. Nein!